hey und herzlich willkommen zu einer weiteren folge von diablo 2 ich kann mal anheulen ich kann kaum glauben, dass ihr blutrabe besiegt habt, obwohl sie eine beste Freundin war, bete ich, dass ihre gekriegte Seele für immer verbannt bleiben mag ihr habt euch meinen Respekt verdient und die Unterstützung der Jägerinnen einige meiner besten Kriegerinnen stehen zu eurer Verfügung aha, das war einfach einmal eine bekannte von ihr und dass sie jetzt einfach besessen waren oder wie auch immer kratschen ich kann kaum glauben, wenn ich nur herausfinden könnte, wie es an Dariel gelungen ist, unsere Schwestern zu verderben dann könnte ich vielleicht das Böse austreiben, das ihren Geist umwölbt komm, wollen wir die anheulen? die auch nicht nehmen, oder? wie macht man das? der Söldner ersetzt euren aktuellen Söldner, hast du kaum geschaut? na, wo man? das haben wir echt gekannt, uns rennen schon zwei noch echt? die depot gehen denn da, oder? ich hab nie gesehen, wie wir unterwegs waren ja, vielleicht haben wir eine gebraucht für eine Mission gekriegt, oder da ist mir warte mal, kann ich das reparieren, wie wir reparierten, oder was? schmidi 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 die weibliche Schmidi ehre die, gegen Diablo? moin ich kenn so gut die Diablo fest story manche mit sehr mächtigen Gegenständen es scheint allerdings, als wäre ihr Sieg nur von kurzer Dauer gewesen die meisten sind seither an Dariel verfallen vorher an Dariel ist anscheinend der Böse und an Diablo gibt es anscheinend boah, der hat ja ganz viel Waffen holy fuck alle Ausrüstern reparieren das mache ich jetzt einmal, bumm ist noch immer kaputt verkauft einfach einen Gurt kriegt dafür Waffen, Waffen Verschiedenes, Wüstung ja moin Verteidigung 33 kostet halt 2000 aber es ist strong hey, ich habe aber gar nichts cooles Questlog weg ist der Rade wir werden uns eine neue Quest auftreten hm? wir werden uns eine neue Quest auftreten ok ich suche nach Cain geht durch den unteren Durchgang zum Dunkelwald durch den unteren Durchgang zum Dunkelwald in den Flussbaum in den Flussbaum und holt die Schrift von wo ist denn du hier? ja, bin ich leid gerägt ok ja ok naja naja ein Bowie geht nicht mit uns mit oder? wo bist du hin? ich habe jetzt aber die auch nicht angeheuert tja die du meinst ich habe keine Ahnung es steht irgendwie kein Namen ich habe keine angeheuert aber ich habe auch nicht angeheuert hat das für jeden auch nicht angeheuert oder? nein, ich glaube wir haben die für real gehabt das ist ja wurscht die 114 sind überhaupt nicht euer wenn das ich weiß nicht wie lange man das hat hey 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 gehen wir in den Friedhof unten rein oder? nein machen wir mal die Höhle da ich meine unsere Quest wäre jetzt ja eigentlich irgendwo hin zu einem Baum gehen aber woher weiß ich wohin das ist ja 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 die ja die Höhle da kommen wir da mal rein? der ist ja nicht zufrieden ich denke ich kann ja auch nicht dann haben wir ja 3 zufrieden ist keiner abduften easy ich habe immer den gleichen Buff drin und der ist halt einfach broken keule wie schnell er ist die schießt auf Feuerpfeil ja? hab ich einkauft nein, der hat noch nichts gemacht der ist ein Bild auf Chill Basis der ist nur zur mentalen Unterstützung mit mhm die schießt von da oben runter ehre Feuerpfeil also der Pfeil sieht noch nicht so gut aber schau ja, ich habe einen strong boy und du hast einen normalen Pfeil mhm also optisch schaut mir eigentlich schon cool aus schaut mir auch sogar einen ganzen den ganzen Dungeon Herder Pfeil dann sind mir eh zu viele Kreaturen dann sind mir eh zu viele Kreaturen ich würde mich gar nicht so genau sehen einfach nur draufklopfen schnell und wieder vergessen weil gerade kriege ich auch solche Träume wie der eine im Loading Screen oder im Trailer der was auch auch jedes Mal nicht mehr den Traum von der Realität unterscheiden kann weil seine Träume irgendwie so wahr wären Ziemlich heftiger Shit Ziemlich heftiger Shit hehehe das hat auch 10 Wege mhm und wie wäre er da und wie wäre er da und meine ja auch was mitnehmen leichte Rüstung kinder irgendwie gut 8 Verteidigung das ist nass Ehre ich habe auch meine Waffen noch einmal gekriegt die ganzen nicht morgen ja da hinten hehehe der macht den Wurfbuff zu neidern und der steht wieder der haut auf dem Gurtbunker da ja nur auf einem Gurt hier kann man eh nur drüber laufen ich habe gar nicht gewusst bei Gurt kann man drüber laufen der da liegt aber so am Boden gar nicht so ah lol nur Assassinen aber Assassinen gibt es ja gar nicht aber hauptsächlich looten Assassinen und so gell ja gibt es schon wenn du Steel Z kaufst achso das Spiel kann man schon kaufen gell vorbestellen wahrscheinlich also ich finde das Spiel macht ultra Bock vor allem was einfach das Erlebnis von damals ist und dann noch zusammen das ist richtig nice oha ich habe sie fast nicht gesehen die schauen einfach gleich halt die schießen einfach von oben 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 einfach mal relaxen warte mal und aufheben zum aufheben gucke ich dann jetzt einfach auf Kaffer oder ich muss sagen wir seltener sind bis jetzt ziemlich strong mhm da will ich mir fast den teuersten kaufen weil der ist wirklich nicht da bis jetzt gewesen außer pro Tag ich weiß es nicht ich kann nicht noch mehr tragen ich kann nicht noch mehr tragen was ist denn das ach so ein Sockel ist das plus 20 Gift Schaden über 2 Sekunden ok hat der die Sockel frei sogar wenn man es drüber zieht man das ah cool er hat sogar mal Damage 1 bis 9 neue Waffe kriegt dann haben wir weg liegt auf euch so ein Bohnen da liegt auch alles so ein Bohnen und geht es aber immer weiter 2 3 4 4 4 5 5 5 6 5 6 Ich bin schon wieder voll. Was brennt da? Eine Jägerin? Oh mein Gott. Was? Ich geh sie looten. Was sonst? Eine schlechte Kappe, die kann die Mram schon. Der ist nicht gut. Stiefel, der ist gut. Hast du aufgesammelt? Nein. Der ist nicht identifiziert. Ich habe ja einen Smitsu. Der hat 3 Verteidigung, das ist nice. Aber er hat halt auch Geschädlichkeit, Ausdauer, Blitzwiderstand und noch einen Widerstand. Der ist ziemlich strong. Das heißt, wenn ich so etwas sehe... Ach du hast sogar einen Schlüssel. Nice. Wenn ich so drüber fahre und sehe, dass es weiß ist, dann kann man es mal liegen lassen. Die Rotze. Oh Leute, der Schatten hat mich da gerade geschreckt. Haben wir schon alles? Nein. Ich kann nicht noch mehr tragen. Da steht aber ein guter Kurzbogen. Ist der denn gut? Schauen wir mal. So. In der Ecke waren wir anscheinend nicht. Wie geht es weiter, oder? Wie geht es weiter, oder? Wie geht es hier oben schon auf? Na, schauen. Um. So. Dann geht es ja auch noch weiter. Dann geht es ja verdammt viel weiter. Es geht noch weiter. Ich weiß noch lange nicht aus. Bist du? Ach. Ich bin hier. Ich bin hier. Oh mein Gott. Dämonen müssen da gießen. Da sind alle Dämonen. Ich bin hier. Das sind die Waldläuferinnen, das werden die Jägerinnen sein von Lagerhardt. Hey, warte mal. Das heißt, wir werden da jetzt mal ein Portal anstarten. Skillen wir ja auch noch irgendwas, Fähigkeiten machen wahrscheinlich. Oh, wir haben neue Fähigkeiten. Hey, das muss ich jetzt durchlesen. Das ist riesig. Geil zu. Aura erhöht euch. Hm? Warte mal. Erhöht die Verteidigung von euch. Warte mal. Ja, irgendwann muss ich es nicht haben. Nice. Ihr musst es durchlesen. Ich muss es schnurren. Ihr liest es jetzt durch. Aber warum sollt ihr die Verteidigungsaura nehmen? Wieso sollt ihr das machen? Kann ich immer nur A Aura aktiv haben? Warum mache ich dann das? Ich höre den Kältewiderstand. Das ist geil, wenn gerade Kälte unterwegs ist. Das kann man mal machen. Heiliges Feuer. Aura fliegt gegen die Nähe himmlische Flammen zu. LOL. Das ist mal Ehre. Aura fliegt die Liden in Schaden auf die Gegner. Das ist auch Ehre. Was? 250%? Es schafft ein Blitz aus Heiliger Energie, der unter und gegen Schaden zu füge oder Verwündete heilt. Ja, moin. Warum ist jetzt auf einmal alles so cool? Das war echt cool. Wollen wir jetzt mal F3, ich weiß gar nicht, wo ist F3, wo? Irgendwas. Achso. F3, ich muss Kältewiderstand. F3, ich muss Kältewiderstand. F3, ich muss Kältewiderstand. Um zu Wf6. Ja. Das ist überhaupt kein Sinn mehr, was ich alles mache. Hey, wieso habe ich jetzt... Warum kannst du das denn noch verwenden? Anscheinend geht das nur in der Stadt, oder? Aber das sollte jetzt eine ziemlich geile Fähigkeit sein. Da. Das war's nicht. Ich meine, kannst du doch nicht hoch. Warte mal. So ist das schon fertig? Ja, du hast... Du hast auf einen Abgang... Siehst du jetzt? Du hast auf einen Abgang... Nächstes Leben, oder? Schau mal. Ah, das muss ich treffen. Ja, moin. Wie zig ist denn das? Ist das strong? Ah! Lol. Wie viel damage macht das? Ja, du hättest. Eigentlich ziemlich strong. Ich muss dir mal sagen, wenn du mal ein bisschen Lehm verloren hast. Aber ich mach mal, da war wieder unseren Super-Buff eigentlich. Ich verstehe nicht, wieso der Abgang nichts kostet. Oder kann ich jetzt zum Beispiel die Fähigkeit drinnen haben, dann die ganze Zeit F6 drücken? Geht auch, oder? Ah, dann sind die CF6 drinnen. Hm. Ja war da mal da? Es geht nicht so schnell. Ja. Was ist das? Even wodurch? Ich hoffe, das ist zu negativ. Wie passt du? Geht das gut? Ich weiß nicht, ich traue mich hart, denke ich. Oh, ich habe da einen Kranke, was ich da habe. Ich doch. Ah, die heilen uns an unseren Slot. Nichts gut? Ja, nicht gut. Dann kann ich aber den Barfucker eigentlich tun und dann sind wir auch fertig, oder? Warte. Die Fähigkeiten klingen immer so broke. Ich habe die nur gekillt bis jetzt. Ja, es ist auch hart, eigentlich nicht so. Hey, sind unsere Dinger draufgegangen? Mhm. So schnell. Lol. Da war einfach ein oranges Item. Da. Identifizieren hast du was? Das wäre nice. Ähm, nope. Okay, das ist mal falsch. Geile. Ich bin schon wieder full. Ja, warte mal. Haben wir jetzt die... Da ist wieder abgeschlossen? Ja. Dann gehen wir nochmal zurück, oder? Dann gehen wir drauf und gleich zurück, das ist falsch. Was? Da ist einfach so ein Boss. Aber ich mache 10 full damage. Oh ja. Ich bin einfach rein geselten und gut. Man geht mich jetzt in Kältetfeiler, aber ich sehe das nicht. Kappe. Das ist wieder nicht. Nice. Wer hieß denn da jetzt? Vielverteidigung, 20 Energie. Nehmen wir. So, jetzt haben wir alles gesehen. Na da unten auch noch nicht. Doch jetzt. Jetzt muss alles so eingerahmt sein. Mhm. Ja, ich brauche halt jetzt schön. Ja, Moa ändert euch ab, oder? Warte, ja die machen damage. Nur halt Revealedamage. Ja, das ist schön. Wie heißt den Heal gibt es leider? Oh mein Gott. Oh mein Gott. Er trank nix. Ist ja nicht ins denn. Also ohne die Tränke ist mir da aufgeschmissen. Ingepolische Ripp. Oh, ich bin ein geil Ripp. Oh mein Gott. Das ist einfach ein Boss. Nebelholt sammende Schattenrichter. Oder Schadrichter, oder so. Oh, Alter. Ich lasse einfach mal meine Healer an, oder so. Die Kran darf rauf. Oh mein Gott. Ein Schamane. Kann man sein Begleiter-Level? Also ein Zöldner? Ja. Komm, Jamsin mit den Items überrollen. Ich bin überladen. Ich kann nicht noch mehr tragen. Ich bin überladen. Ich bin halt schon wieder voll. Wir gehen durch. Ich bin wieder. Die will leer. Ich bin wieder. Ich weiß nicht, was zum Werbewerf wird. Ich kann auch zum Werbewerf werden. Los, ab! Oha! Der Seltnerin ist aber da hinten verschwunden. Da muss man aufpassen. Also gegen Lowell Monster sind die so strong. Aber wenn er ein starkes Monster ist, gehen sie ziemlich schnell drauf. War das schon mit der Höhe? Nein. Wo ist das? Das Kleine. Jetzt haben wir wieder ein Feld der Steine. Da sind schon Steine. Erfahrung macht sich bezahlt. Ich muss jetzt Erfahrung sammeln. Wie lange hat er denn da? Hier. Und? Da ist er fest. Er hat sich aggressiv. Ich finde den Turm in Schwarz mal hinter dem Dunkel. Ich muss jetzt quest... Ah, ich spiel saubern schon. Ich muss dann das für eine Brücke. Hm. Zweitig sogar, gell? Ja. Wir sind neue gewesen. Wir müssen einen Turm finden. Schwiererfahrung schreien. Irgendwo hingelaufen. Warum sind immer alle so gut? Also nur mehr. Hol. Der ganze Blutschirm. Eure Nachterei wieder. Ich hab das schon nicht. Bleib drauf. Habe ich so funkelnde Wege? Die alle immer und rennen weg. Das ist voll praktisch. Weil ich so bezauern bin. Haha. Schon wieder weglaufen, Alter. Die ganze Bulls schon bewegt sich. Wow. Ah, er schon wieder. Okay, langsam wird es wahnsinnig. Hey, wie scharf ich das denn überhaupt? Holy. Es ist einfach, es wundet nur. Okay, langsam wird es schwierig. Langsam wird es schwierig. Aber noch viel. Einfach mal bohren, bohren, bohren. Ja, schon wieder. Ganz neuerwertes Skin. Ja, moin. Wie erhebe ich das gerade im Shop, da. Eure Möbeln. Ich hab mir vielleicht noch so. Mhm. Ich weiß nicht, warum die immer alle bunkeln und weglaufen. Da rätst du schon wieder an, irgendwann. Hehe. Das wäre nicht weniger. Das wäre nicht weniger. Das wäre nicht weniger. Das wäre nicht weniger. Ingo ist dann immer zu, äh... Gefühle, was die alle reste. Neue Fähigkeit. Die Aura ist... Die Aura ist... Boah. Das ist ja cool. Das war Bombe. Ich muss einfach auch alles andere skillen, das hilft auch nichts. Mhm. F7. Wo ist denn F7? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ja. Das ist Mama. Ich glaube nicht. Ich bin überladen. Ich bin überladen. 50 Damage. Ich benötige Stärke. 40. Das hätte ich... Naja. 2 Level. Ich kann nicht noch mehr tragen. Ich kann nicht noch mehr tragen. Da liegt einfach alles im Boden. Geh mal zurück. Danke fürs Zuschauen. Falls euch die Aura 2 gefallen hat. Gebt einen Daumen nach oben. Und bis zum nächsten Mal. Servus.